Neulich auf Arbeit, da ist ein Kollege an die Glastür gerannt und der Chef hat als allererstes geguckt, ob die Tür noch ganz ist. Hey, das ist meine Geige. Das ist ein Original Stradivari-Nachbau von 1902 oder so aus dem Dachboden von Bad Schandau und hat jetzt die Ehre, endlich in diesem Studio verewigt zu werden. Ich habe ja schon auf der letzten Platte mit aufgespielt, aber da ist die noch gar nicht so richtig zur Geltung gekommen. Diesmal ist es viel mehr. Ich freue mich. Die klingt auch so schön. Ich denke. Spiel doch. Da musst du mich in meinen verschweifelndsten Momenten aufnehmen. Innere Zerrissenheit-Album. Das ist ein Dokumentage. Fakt. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das ist ein Dokumentage. Das ist ein Dokumentage. Das ist ein Dokumentage.